Die Landung des ersten Menschen auf dem Mond hat unsere Wahrnehmung unwiderruflich verändert. Erstmals konnten wir Mutter Erde aus der Ferne bewundern. Diese Aufnahmen machten uns bewusst, dass unser blau-weißer Planet ein einzigartiger Teil des Weltraums ist. Dank moderner Teleskope, die uns weit über unser Sonnensystem hinausblicken lassen, erkennen wir allmählich, dass unsere Welt zu einer stürmischen und dynamischen Galaxie gehört. Ein neuer Blickwinkel tut sich auf. Die Galaxie beeinflusst unser Klima auf eine Weise, die wir erst jetzt wirklich zu verstehen beginnen. Der dänische Physiker Henrik Svensmark arbeitet seit über einem Jahrzehnt an einer neuen Klimatheorie, die unsere Sichtweise des Klimawandels verändern wird. Viele Prozesse in unserem Universum wirken sich mehr auf unser Leben aus, als wir uns je hätten träumen lassen. Wir begleiteten Svensmark bei seinem jahrelangen Kampf um Anerkennung. Seine Theorie, dass der derzeitige Klimawandel natürliche Ursachen haben könnte, ist in der Fachwelt stark umstritten. Tatsächlich haben Wolken und Wasserdampf den größten Einfluss auf den Treibhauseffekt. Das Geheimnis liegt in den ganz alltäglichen Wolken am Himmel. Während heutzutage überall von Kohlendioxid die Rede ist, ist der Klimawandel größtenteils auf die Wolken zurückzuführen. Ohne Wolken würde ein Klimawandel größtenteils auf die Wolken kommen. Wir können ein ganz anderes Klima herrschen und selbst kleinste Veränderungen der Wolkendichte beeinflussen unser Klima. Die Erforschung der Wolkenbildung ist daher elementar. Allein die Vorstellung, dass unser Klima auch von Vorgängen im Weltall gesteuert wird, ist überaus faszinierend. 2005 konnten wir experimentell nachweisen, dass die Sonne und die Galaxie unser Klima auf der Erde bestimmen. Doch keine Fachzeitschrift wollte unsere Arbeit veröffentlichen. Für mich und mein Team war das eine große Enttäuschung. Es ist immer dasselbe Problem. Neue Ideen sind in der Wissenschaft selten willkommen. Besonders ein junger, unbekannter Forscher, der eine radikal neue Theorie aufstellt, hat häufig große Schwierigkeiten, seine Arbeiten zu veröffentlichen. Bisher ist man davon ausgegangen, dass Wolken das Ergebnis des Klimas sind. Doch das Gegenteil ist der Fall. Das Klima ist das Ergebnis von Veränderungen der Wolkendichte. Der erste Hinweis darauf, dass Wolken wichtig für das Erdklima sein könnten, war eine Entdeckung meines Chefs, Eigilfries Christensen. Er stieß auf eine perfekte Korrelation zwischen der Sonnenaktivität und den Temperaturen auf der Erde. Die Übereinstimmung war so groß, dass jeder Zufall ausgeschlossen schien. Das hat mich motiviert, dieses Phänomen weiter zu erforschen und die Wolken in die Erklärung mit einzubeziehen. Veränderungen der Wolken in die Erklärung Als wir unsere Ergebnisse 1991 veröffentlichten, galt vor allem der steigende Ausstoß der von Menschen produzierten Treibhausgase wie CO2 als Ursache für die Klimaerwärmung der letzten 100 Jahre. Als die Fachwelt dann diese perfekte Korrelation zwischen der magnetischen Aktivität der Sonne und den Temperaturen sah, waren alle sehr überrascht. Es war offenkundig, bei einer stärkeren magnetischen Aktivität der Sonne stiegen die Temperaturen auf der Erde. Aber keiner wusste, was die Ursache für dieses Phänomen sein könnte. Wir wussten, dass die magnetische Aktivität der Sonne einen direkten oder indirekten Einfluss auf das Erdklima haben musste. Der genaue Mechanismus war jedoch ein echtes wissenschaftliches Rätsel. Bis eines Tages jemand in meinem Büro auf kosmische Strahlung zu sprechen kam. Bei der Erwähnung der kosmischen Strahlung erinnerte ich mich sofort an ein Experiment, das wir in der Schule in einer sogenannten Wolkenkammer durchgeführt hatten. Diese Wolkenkammer war mit supergesättigter Luft gefüllt. Nun Schwebeteilchen hindurch entstand eine Kette von Tröpfchen, wie eine kleine Wolke. Mit diesem Bild im Kopf dachte ich, was, wenn kosmische Strahlung zur Bildung von Wolken führt? Und was, wenn die Sonne mit ihrem Magnetfeld die Wolkendichte auf der Erde beeinflussen kann? Dann hätten wir die perfekte Erklärung, wie die Sonne mithilfe der Wolken das Klima bestimmt. Kosmische Strahlung kann man nicht sehen oder fühlen, aber sie entsteht immer, wenn ein Stern bei einer Supernova-Explosion stirbt. Diese hochenergetischen nuklearen Teilchen sausen beinahe mit Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxie. Und treffen auch auf die Erde. Doch die Sonne beeinflusst, wie viele dieser Teilchen die Erdatmosphäre erreichen. Um herauszufinden, ob die kosmische Strahlung sich auf die Wolken auswirkt, begann ich, Daten auszuwerten. Ich sammelte Satellitendaten über die Wolkendichte in der Atmosphäre und verglich sie mit Daten zur Intensität der kosmischen Strahlung. Ich stieß auf eine perfekte Korrelation, deren Klarheit mich sehr überraschte. Die rote Kurve zeigt die unterschiedliche Intensität der kosmischen Strahlung und die blaue Kurve die Wolkendichte. Das heißt, dass die kosmische Strahlung das Klima auf der Erde beeinflusst. Und das ist faszinierend. Der Weltraum ist für uns also von direktem Belang. Das Magnetfeld der Sonne hat sich in den vergangenen 100 Jahren mehr als verdoppelt. Dadurch gelangte weniger kosmische Strahlung in die Atmosphäre und es bildeten sich weniger Wolken. Die Folge war eine stärkere Erderwärmung. Verstärkt sich das Magnetfeld der Sonne, wird die Erde von weniger kosmischen Teilchen getroffen. Dies bedeutet weniger kühlende Wolken. Bei einem schwachen Magnetfeld